Es gibt einen Bruder hier, der ist noch kein Muslim. Er heißt Abu Bakr, so will er genannt werden. Und er zögert etwas, obwohl er an die sechs Säulen des Iman glaubt. Du meinst hier, hier, unter uns? Ja, er sitzt hier, ja. Allahu Akbar. Abu Bakr, Habibi, wo bist du? Da ist Abu Bakr. Kannst du ihm vielleicht seine letzte Zeichen kurz rausnehmen? Also wenn er jetzt deine Nummer löscht, würde ich mich nicht wundern. Erstmal, war dir das unangenehm, Abu Bakr? Ja, ein bisschen, aber... Okay. Ich habe nur eine Frage an dich, Abu Bakr. Bist du sicher, dass du sterben wirst? Und ich bin sicher, dass ich sterben werde. Wenn wir sterben, dann haben wir gelebt, walhamdulillahi rabbil alamin. Oder sehen wir traurig aus? Wir sehen nicht traurig aus, oder? Sehen wir aus wie Leute, die den ganzen Tag nur darüber nachdenken, was für ein übles Leben wir haben. Schau mal, wir sitzen mit unseren Geschwistern, wir lachen mit ihnen, wir haben Spaß, aber gleichzeitig ermahnen wir uns. Alhamdulillah, wir leben schön. Und das ist für uns das schöne Leben. Und wenn du stirbst, hast du auch gelebt. Wir beide haben gelebt. Und wir beide werden sterben. Aber einer von uns hat verloren, Yawmul Qiyamah, wenn Allah ein Paradies und ein Höllenfeuer erschaffen hat. Gelebt haben wir beide. Und daher rufe ich dich dazu auf und möge Allah dir diesen Schritt gewähren, dass du den Islam annimmst, bevor der Todesengel deine Seele nimmt. Du hast gehört, wie der Todesengel die Seele nimmt von einem Gläubigen und von einem, der kein Glauben hat. Und Alhamdulillah, wenn du sicher bist, dann fehlt nur eine Sache. Und das jetzt zwischen dir und Allah ist jetzt nur der Schaitan. Der sagt dir, wenn du Muslim wirst, wie sollst du das schaffen mit den Geboten? Wie, wie, wie? Richtig diese ganzen Fragen. Wie sollst du mit den Sünden aufhören? Warum sollst du dann Steffi scheiden? Falls eine Steffi da ist, werden wir auch mit ihr reden. Inschallah. Das ist jetzt alles vom Schaitan. Flüstern. Wir nennen das Waswasa im Arabischen. Aber ich sage dir eins, er will nur nicht, dass du den Islam annimmst. Weil sein Ziel ist, so viele Leute wie möglich ins Höllenfeuer zu nehmen. Und wenn du dich vor dem Höllenfeuer befreist, möge Allah dir das ermöglichen, dann ist er traurig darüber, dass er dich nicht bekommen hat. Abu Bakr, ich hoffe, dein Herz schlägt für den Islam. Wärst du bereit, das Glaubensbekenntnis zu sprechen? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Das ist das Glaubensbekenntnis, was du gesprochen hast. Takdun! 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 Allahu akbar. Das war natürlich arabisch, nicht, dass du denkst, du hast jetzt bei uns eine Waschmaschine gekauft. Wir sagen das nochmal auf Deutsch, Inschallah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dass Mohammed sein Gesandter ist. Abu Bakr ist euer Bruder. Alhamdulillah. Khalas. Khalas mit deinem Takbir. Das ist nicht von der Sunnah. Ja, ich war das nicht von der Sunnah. Lass das bitte. Man darf sich freuen, kein Problem. Aber dieses dreimalige Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Das ist Freude, kein Problem, wenn man das manchmal macht. Aber so, wir haben es ja mittlerweile immer dreimal. Habt ihr das gemerkt? Nach hinten. Abu Bakr, ich komme danach und drücke dich, Inschallah. Alhamdulillah, Rab al-Ammd. Sagt Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rab al-Ammd. Siehst du, Abu Bakr, wie ist dein Name? Ahmed. Ahmed. Das sind die wahren Freunde. Schau mal, er könnte dir auch sagen, komm, gehen wir in die Shisha-Bahn. Hm? Komm, gehen wir in die Diskothek. Komm, gehen wir ein Joint rauchen. Aber er will nicht das Schlechte für dich. Er will das Gute für dich. Er will, dass du genau dasselbe bekommst wie er. Und halte fest an solchen Freunden, Inschallah. Barak la fika, Abu Bakr. Bitteschön.